Wer ist Jesus Christus wirklich? Es gibt in der Geschichte der Menschheit keine Person, die so einen großen Einfluss auf die gesamte Welt hatte wie Jesus Christus. Dass er gelebt und in besonderer Weise gewirkt hat, wird von so gut wie niemandem mehr wirklich bezweifelt. Doch wer Jesus Christus wirklich war und ist, darüber wird heftig gestritten. Und die Frage, wer Jesus Christus wirklich ist, die kam nicht erst mit der Aufklärung, wo alles hinterfragt wurde. Sie kam auch nicht erst mit dem modernen wissenschaftlichen Denken der Neuzeit. Diese Frage, wer ist Jesus Christus wirklich, die bewegte die Menschen schon im ersten Jahrhundert. Und die Unsicherheit kam auch nicht erst nach einigen Jahrzehnten, wie einige vermuten, weil die christliche Gemeinde Jesus immer größere Titel gegeben hätte. Nein, die Frage, wer ist Jesus Christus wirklich? Sie beschäftigte und erhitzte die Menschen, die Gemüter der Menschen bereits, als Jesus noch sichtbar durch den Staub von Jerusalem lief. Es waren nicht die Ruhmesreden von anderen, nicht die Geheilten oder Getrösteten, die behaupteten, dass Jesus mehr als ein normaler Mensch ist. Nein, Jesus Christus selbst hat unmissverständlich Behauptungen aufgestellt, die kein vernünftiger Mensch wagen würde auszusprechen. Nachdem er einem gelähmten Mann an einem Sabbat geheilt hat und dafür von den Obersten der Juden angeklagt wurde, da erklärte er in beeindruckender Weise, dass er vollkommen eins ist mit dem Vater, eins mit Gott. Er sagt, als Sohn Gottes ist er eins im Wirken. Sie haben einen gemeinsamen Willen, die gleiche Erkenntnis, die gleiche Autorität und ja auch die gleiche Ehre, die ihnen gewirkt. Selbstverständlich sorgen solche Behauptungen für Diskussionen. Wie könnte es anders sein? Jesus war nicht einfach nur ein barmherziger Mann oder ein weiser Lehrer, wie so viele Menschen ihn gerne heute beschreiben. Entweder war er ein skrupelloser, lügnerischer Verführer oder eben genau das, was er sagt. Wer ist Jesus Christus wirklich? Mit seinen Behauptungen hat Jesus unmissverständlich gezeigt, dass er mehr ist als bloß ein Mensch. Er ist mehr als bloß ein guter Mensch oder ein weiser Lehrer. Er behauptet, dass er sowohl Mensch als auch vollkommen Gott ist. Und genau diese Behauptung, dieses Zeugnis bewegt die Menschheitsgeschichte seit nunmehr fast 2000 Jahren. Denn die meisten Menschen glauben Jesus nicht. Da könnte ja jeder kommen. Wieso sollten wir solchen unglaublichen Aussagen Glauben schenken, dass Jesus Christus, der sichtbar, spürbar, erlebbar durch Jerusalem ging und die Gebiete von Israel, weil, dass er der einzig geborene Sohn Gottes ist. Und darum sagt Jesus auch in Johannes 5, Vers 31, Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der von mir zeugt. Und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Unter uns Menschen gilt ein Selbstzeugnis bekanntlich relativ wenig. Für den eigenen Vorteil sind die Menschen doch gerne bereit, sich viel größer und viel besser darzustellen, als sie in Wirklichkeit sind. Und tatsächlich ist in den meisten Fällen auch Zurückhaltung geboten gegenüber dem, was Menschen von sich selbst und ihrer eigenen Kraft behaupten. In Bezug auf Jesus ist diese Vermutung natürlich Unrecht. Es ist eine Beleidigung des Gottessohns, seinem Wort nicht zu vertrauen. Doch er nimmt diese skeptische Entgegnung hier erst einmal an. Sei es so. Wenn ich von mir selbst zeuge, so nehmt ihr mein Zeugnis nicht für wahr an, in eurer Meinung. Ein Selbstzeugnis gilt in dieser weltvoll betrügerischer List nicht mehr. Gut, sei es so. Wir müssen hier dennoch vorsichtig sein, um den Worten Jesu keine falschen Schlüsse zu ziehen. Jesus relativiert mit seinen Worten nicht seine Behauptungen und sein eigenes Zeugnis. Selbst die Menschen, selbst wenn die Menschen sein Selbstzeugnis nicht glauben, nicht für wahr halten, ist es dennoch richtig, ist es dennoch ungelogen, ist es dennoch absolut wahr. In Johannes 8, Vers 14, da sagt Jesus, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Wenn Jesus also sagt, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr, meint er nicht, ich habe etwas dazu gedichtet. Sondern er sagt, hier in dieser Welt unter euch wird es nicht als wahr anerkannt. Und dennoch ist es wahr. Doch er geht auf diese Leute zu. Sein Zeugnis ist nicht gelogen, aber es wird nicht anerkannt als glaubwürdiges Zeugnis. Also weist Jesus auf einen anderen Zeugen hin, der seine Person, seine Identität bezeugt, der bestätigt die Wahrheit seines Zeugnisses. Nun, auf wen weist er hin? Als erstes lesen wir in Johannes 5, Vers 33. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, sondern dies sage ich, damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Lampe. Ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Ich habe aber das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Noch bevor Jesus öffentlich zu lehren und zu wirken begann, trat Johannes der Täufer auf. Johannes war eine spektakuläre Figur. Er trat auf wie der Prophet Elia. Er hatte genauso wie Elia einen Mantel aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel. Und er predigte in der Wüste. Und er taufte die Menschen in Jordan. Und das jüdische Volk, es kam scharenweise zu diesem Propheten, um ihn predigen zu hören, um sich taufen zu lassen von ihm. Und eben zu diesem Johannes, da haben die Obersten der Juden hingesandt. Sie merkten, dieser Mann muss ein Prophet sein. Er verkündigt etwas Besonderes. Hat er etwa nach so vielen Jahren wieder ein Wort Gottes zu diesem Volk zu sprechen? Und sie haben ihn gefragt, bist du vielleicht sogar der Messias? Jesus nennt also den ersten Zeugen Johannes der Täufer. Johannes war ein Mensch und die Juden selbst haben ihn um sein Zeugnis gebeten. Wer bist du? Und Jesus beschreibt uns in wenigen Worten vier Aspekte des Zeugnisses von Johannes dem Täufer. Als erstes die Wahrheit seines Zeugnisses. Als zweites die Klarheit seines Zeugnisses. Als drittes die Absicht. Und als viertes die Verachtung seines Zeugnisses. Erstens die Wahrheit des Zeugnisses. Jesus stellt hier sicher in Vers 33, ihr habt zu Johannes gesandt und er hat von der Wahrheit Zeugnis gegeben. Johannes der Täufer war kein irrer Fanatiker oder komischer Guru in der Wüste. Nein, er hat Zeugnis gegeben von der Wahrheit. Das, was er gesagt hat, war zuverlässig und glaubwürdig. Und wisst ihr eigentlich, was Johannes der Täufer gesagt hat? Wisst ihr, was er gepredigt hat, als er dort in der Wüste stand am Jordan? Er hat gesagt, ich bin nicht der Messias, sondern ich bereite den Weg für Gott, der nach mir kommt. Er hat gepredigt, nach mir kommt einer, der viel größer und würdiger ist als ich. Er ist zwar nach mir geboren, aber er hat schon lange vor mir existiert. Und als Jesus zu ihm in den Jordan kam, er bezeugt Johannes, ich sah den Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und dieser Mann, er wird nicht mit Wasser taufen wie ich, sondern er wird mit dem Heiligen Geist taufen. Johannes bezeugte, dieser Jesus, er ist das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt wegträgt. Er ist das eine Opfer, welches fähig ist, uns mit Gott zu versöhnen. Johannes hat gepredigt, dieser Jesus, er kommt aus dem Himmel, von oben. Er ist über allem. Er ist nicht von unten, irdisch behaftet wie wir. Und Johannes bezeugt, dieser Jesus, er spricht die Worte Gottes. Und er sagt, ich habe gesehen und ich bezeuge, dieser ist Gottes Sohn. Das ist das Zeugnis von Johannes dem Teufel. Und seine Behauptungen sind nicht übertrieben. Das sind keine überspitzten Lobreden oder schmeichelnden Floskeln. Nein, Jesus bestätigt, er hat von der Wahrheit Zeugnis gegeben. Das Zeugnis von Johannes ist wahr. Johannes bezeugt, Jesus ist der Sohn Gottes. Er kommt aus dem Himmel, er ist ewig, er ist fähig, den Heiligen Geist Gottes zu geben. Er ist mächtig, Versöhnung mit Gott zu schaffen. Er ist erhaben über allem. Glaubst du das? Glaubst du dem Zeugnis von Johannes dem Teufel? Und wenn ja, traust du dich, das gleiche Zeugnis von Jesus abzugeben? Jesus ist mehr als ein Prophet, mehr als ein guter Mensch, mehr als ein weiser Lehrer. Er ist der von Gott gesandte Erlöser. Der einzige Weg, um Frieden mit Gott und Vergebung der Sünden zu erhalten. Und ich frage dich, glaubst du das? Glaubst du, dass Johannes der Teufel von der Wahrheit Zeugnis abgelegt hat? Aber Jesus sagt nicht nur, dass dieses Zeugnis wahr ist, er sagt auch, dass es klar ist. Klarheit des Zeugnisses von Johannes. In Vers 35 lesen wir, jener war die brennende und scheinende Lampe. Johannes war die brennende Lampe. Er war brennend, weil er mit großem Eifer und Leidenschaft sein Zeugnis von Jesus abgelegt hat. Das war nicht etwas, was ihn nur so am Rande berührte, wo er mit ein bisschen Denkarbeit etwas erarbeitet hat und das mal so in einer These zusammengeschrieben hat. In Matthäus 11, Vers 7, da fragt Jesus die Leute, die zu Johannes kamen, was seid ihr in die Wüste hinausgegangen, um anzuschauen? Ein Rohr, das vom Wind hin und her bewegt wird? Johannes war kein wankelmütiges Rohr, das von allen Seiten bewegt wurde, von jedem Wind. Er war brennend, er war überzeugt, er hatte eine feste Meinung, ein klares Zeugnis und darin beharrte er unerschütterlich. Heute werden gegen leidenschaftliche Prediger, die ein klares Zeugnis ablegen, schnell Ermittlungen einberufen, wie derzeit in Bremen. Und auch Johannes der Täufer war so leidenschaftlich und so brennend, dass er sich nicht den Mund verbieten ließ. Zu den Selbstgerechten und Angesehenen in Israel, da rief er Schlangenbrot. Wer hat euch eingeredet, ihr könntet den zukünftigen Zorn Gottes entfliehen? So bringt nun Früchte der Buße. Oder zu dem ehebrecherischen König Herodes, sagte er kühn, es ist dir nicht erlaubt, die Frau seines Bruders zu haben. Und ja, er bezahlte mit seinem Leben. Er bezahlte mit seinem Leben dafür. Doch sein Zeugnis blieb bis zum Ende brennend und eifrig. Doch er war nicht nur brennend, nein, er war auch scheinend, leuchtend. Seine Worte deckten auf, sie sorgten für Klarheit. Er beleuchtete in aller Klarheit, dass kein Mensch aufgrund seiner Abstammung oder seines Namens gerettet wird. Wir alle brauchen Reinigung und Vergebung unserer Sünden. Egal, wie viel Geld wir haben oder egal, aus welcher Familie wir stammen. Johannes war leuchtend, er deckte Selbstgerechtigkeit auf und die vielen Formen der Sünde. Das, was wir Menschen so gerne in Finsternis verbergen wollen, was wir heimlich hinter einer Maske verstecken wollen, das wurde beleuchtet. Johannes machte klar, wir Menschen, wir müssen umkehren. Wir müssen Gott um Vergebung bitten für das, was wir getan haben. Sonst erwartet uns alle das Gericht. Und er sagte, die Axt ist dem Baum schon an die Wurzel gelegt. Das Gericht wird kommen. Aber er beleuchtete nicht nur die Sünde und er beleuchtete nicht nur das Gericht, vor allem beleuchtete er den Weg zur Rettung. Wie können wir entfliehen? Johannes war ein leuchtender Wegweiser auf Jesus. Die eine Rettung. Wo er nur konnte, wies er auf diesen Jesus. Nur er ist das Lamm Gottes, welches Sünden wegtragen kann. Johannes wollte selbst gerne ganz klein und gering und verachtet werden, ganz unbedeutend sein, wenn die Menschen nur Jesus wertschätzen und ihm folgen. Johannes war eine brennende und scheinende Lampe. Er war nicht verborgen, noch träge. Er war nicht missverständlich oder unklar. Nein, sein Zeugnis war klar, deutlich, sichtbar, hörbar in ganz Israel. Die letzten Sonntage haben wir viele Glaubenszeugnisse gehört. Von den Geschwistern, die sie haben taufen lassen. Ja, und sie waren brennend vor Freude und leuchtend klar, dass Christus allein sie errettet hat. Ich frage dich, wie sieht es in deinem Leben aus? Hast du jemals erkannt, warum der Glaube an Jesus Christus einen nicht kalt und desinteressiert lassen kann? Hast du je sagen können, wie die Emmausjünger in Lukas 24 brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schrift öffnete? Kennst du diese brennende Leidenschaft, als du zum ersten Mal erkannt hast, hast, wer Jesus Christus wirklich ist? Wer wirklich an Jesus glaubt, ihn vertraut, darüber nachdenkt, wer er ist und wozu er gekommen ist, der kann nicht anders als brennend und scheinend von diesem Jesus Zeugnis gehen. Der kann nicht anders als feste Meinungen und klare Worte haben, unerschütterlich. Aber was war die Absicht von dem Zeugnis des Johannes? Welchen Zweck, welches Ziel steckte denn hinter diesem Zeugnis? Jesus sagt hier ganz erstaunliche Worte. Vers 33, ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, sondern dies sage ich, damit ihr errettet werdet. Jesus ruft hier Johannes nicht in den Zeugenstand, um damit seine Behauptungen zu beweisen. Auch wenn das Zeugnis von Johannes wahr ist, so ist ein menschliches Zeugnis nicht qualifiziert, Jesu Person und Wesen zu bestätigen. Und das ist eine sehr, sehr kühne Aussage von Jesus. Alles, was Johannes gesagt hat, ist wahr, aber ein menschliches Zeugnis nehme ich nicht an. Es ist doch so, dass eine Aussage erst dann als Bestätigung oder Beglaubigung dienen kann, wenn der Zeuge glaubwürdiger oder zuverlässiger ist, als der, der von sich selbst Zeugnis ablegt. Ich kann ein Dokument selber unterschreiben, aber es ist glaubwürdiger, wenn ein Notar es beglaubigt und seinen Stempel und seine Unterschrift mit drunter setzt. Warum? Weil der Notar durch sein Amt mehr Glaubwürdigkeit trägt, als ich als Privatperson. Wie ist es bei Jesus? Ist er in dem, was er sagt, abhängig von einem menschlichen Zeugnis? Ist Jesu Behauptung dadurch glaubwürdiger, dass ein Mensch es bestätigt? Wird es dadurch rechtskräftig? Nein. Auch wenn Johannes die Wahrheit gesprochen hat, Jesu Person und Wesen sind dadurch noch nicht beglaubig. Wie könnte ein Mensch diese erstaunlichen Behauptungen von Jesus Christus auch nur begreifen? Welcher Mensch kann zurück in die Ewigkeit schauen und bestätigen, ja, Jesus war in Ewigkeit eins mit dem Vater? Welcher Mensch kann das Wesen Gottes auch nur durchdringen und seinen Willen erkennen? Die Erkenntnis und die göttliche Herrschaft auch nur im Ansatz erfassen? Ein Mensch kann wohl ein glaubhaftes Zeugnis für einen anderen Menschen ausstellen, den er gut kennt. Aber über den Sohn Gottes? Nein. Johannes ist nicht die Stütze, auf der Jesus die Wahrhaftigkeit seiner Aussagen baut. Dazu reicht dieser Zeuge nicht aus. Johannes ist nicht der Zeuge, den Jesus in den ersten Versen angekündigt hat. Und in den nächsten Wochen werden wir erfahren, wen Jesus wirklich als Beglaubigung, als wahren Zeugen hervorbringt. Aber dennoch ist das Zeugnis von Johannes von großem Wert. Nicht Jesus soll mit seinen Aussagen, mit den Aussagen von Johannes gerechtfertigt werden. Aber wir Menschen, die wir es hören, können durch das Zeugnis von Johannes gerettet werden. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, sondern dies sage ich, damit ihr gerettet werdet. Jesus braucht keine menschliche Hilfe, um seine Glaubwürdigkeit zu bestätigen. Aber wir, die wir so schwach, so schwerfällig sind, zu vertrauen. Für uns ist das Zeugnis von Johannes festgehalten. Für uns Menschen hat Gott Johannes, den Propheten, vorausgeschickt, um uns anzukündigen, den Weg, wie wir Christus vertrauen sollen und so Frieden mit Gott empfangen. Wir sollen umkehren und auf Jesus das Lamm schauen, damit auch unsere Sünden weggetragen werden. Es geht hier um uns. Gott hat Johannes, den Täufer, beauftragt, die Wahrheit zu predigen und uns Menschen zu bezeugen zu unserer Hilfe. Aus Erbarmen, aus Barmherzigkeit, Nicht Jesus hat es nötig, gerechtfertigt zu werden. Wir haben es nötig, gerechtfertigt zu werden vor dem heiligen und lebendigen Gott. Dazu dient das Zeugnis des Johannes. Erkennst du diese Barmherzigkeit Gottes? Wir Menschen, wir, wir wollen uns so gerne erheben und selber ein Urteil darüber fällen, wer ist Jesus Christus wirklich, als wären wir auf dem Richterstuhl. und Christus auf der Anklagebank. Doch Christus rückt es hier gerade, das Bild und sagt, wir brauchen Rettung. Wir. Und Johannes, der Täufer, ist der, der hinweist, als eine brennende und scheinende Lampe auf Christus, der Einzige, der fähig ist, uns mit Gott zu versöhnen. Und Gott schenkt auch dir heute das Mittel der Predigt, menschliche Worte, damit du vertraust, dass die Rettung in Jesus Christus real ist. Hier und heute geht es nicht um philosophische Spekulationen über Beweis Es geht um dein Leben, es geht um deine Rettung, es geht um deine Seele und um deine Sünde. Vertraust du Christus? Vertraust du, dass er das ist, was er sagt? Das ist deine einzige Rettung. Aber als letztes erfahren wir auch etwas von der Verachtung des Zeugnisses. Vers 35 und 36 Jener war die brennende und scheinende Lampe, ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Zuletzt gibt uns Jesus hier eine klare Warnung. Die Obersten der Juden haben das Zeugnis von Johannes nicht angenommen. Johannes der Täufer war eine Attraktion zu seiner Zeit. Alles Volk ging zu ihm hinaus. Sogar Herodes hörte ihn gerne. Er hörte ihn gerne predigen, als Johannes bei ihm im Kerker saß. Obwohl Johannes so deutlich von der Sünde sprach. Seine Worte berührten irgendwie sein Gewissen und er merkte dieser Johannes in dem was er sagt er hat mehr Tiefe als die Schmeicheleien und das oberflächliche Geräte des Volkes. Aber selbst da wo sie ein Interesse hatten etwas von Johannes dem Täufer zu sehen etwas von Johannes dem Täufer zu hören das was er sagte wollten sie nicht an. Sie wollten dem nicht folgen auf den er rieß. Und diese Warnung gilt auch uns. Es reicht nicht das Zeugnis der Schrift zu hören. Es reicht nicht die Worte von Johannes dem Täufer oder die Worte Jesu Christi selbst oder die seiner Apostel nur zu hören. Die Frage ist folgst du dem glaubst du dem vertraust du dem oder verachtest du die Zeugte Wahrheit. Jesus sagt ihr wolltet eine Zeit lang in seinem Licht fröhlich sein. Der Mensch ist gerne bereit sich eine Zeit lang mit diesem oder jenem zu beschäftigen. Es dient ja schließlich der allgemeinen Bildung sich mit unterschiedlichen Religionen zu beschäftigen. Dann kann man auch besser mit reden. Eine Zeit lang ist fast alles interessant. Etwas Neues zu hören, etwas Neues zu erleben, aber sich ganz binden, sich jemandem völlig anzuvertrauen, das ist eine ganz andere Sache. Es gab viele, die Johannes für eine Zeit lang gerne gehört haben. Aber irgendwann kamen andere Menschen, denen sie dann irgendwann lieber zuhörten, die ihre Aufmerksamkeit forderten und alles, was sie gehört hatten bei Johannes dem Täufer, das haben sie ganz schnell wieder vergessen. So gibt es auch viele, die eine Zeit lang meinen zu glauben, eine Zeit lang ausprobieren wollen, religiös zu sein, eine Zeit lang zu prüfen, ob das Christentum mir vielleicht helfen kann in meinem Leben. Doch es gibt kein Christsein auf Probe. Es gibt kein Christsein auf Probe, kein Leasing von der Gnade Christi. Solche Verträge gibt es nicht. Jesus sagt, ihr wolltet eigentlich nur in seinem Licht fröhlich sein. In Deutschland ist es verpflichtend, dass jedes große öffentliche Gebäude, wo viele Menschen zusammenkommen, einen Notausgang hat. Und dieser Notausgang, der ist gekennzeichnet mit so einem grünen Kasten, einem grünen Licht, das leuchtet. Und auf diesem Kasten ist so ein Piktogramm von einem Mann, der läuft und ist ein Pfeil abgebildet, in welche Richtung man fliehen muss, bei einer Not, bei einem Brand oder etwas. Und stellt euch jetzt mal vor, es wütet ein Feuer in einem Gebäude und alle werden aufgefordert, unverzüglich das Haus zu verlassen. Und tatsächlich eilen alle Richtung Ausgang, doch anstatt hinaus zu laufen, bleiben die Menschen vor diesem grünen Kasten stehen vor diesem Notausgangssignal und freuen sich an diesem schönen Strichmännchen, das da abgebildet ist und an diesem schönen grünen Licht, was leuchtet. Aber sie gehen nicht hinaus zur Tür, sie bleiben im Gebäude. Das wäre nicht nur töricht, es wäre brandgefährlich. Gott hat Johannes den Täufer als eine Lampe hingestellt und er sollte einen Weg bahnen, einen Weg aufleuchten lassen, der zur Rettung führt. Doch die meisten fanden Johannes Auftreten einfach amüsant und unterhaltsam. Gehörst du zu denen, die sich gerne einmal Predigten anhören, gerne mal einen Gottesdienst besuchen, um unterhalten zu werden oder Kaffee und Kekse nach dem Gottesdienst zu genießen und sich mal mit ein paar Leuten auszutauschen, um eine Zeit lang mal dazuzugehören und mal zu testen, wie das ist. Mein lieber Freund, es ist brandgefährlich. Die Bibel gibt ein klares, deutliches, brennendes, scheinendes Zeugnis, das allein in Christus Rettung ist. Ihm müssen wir vertrauen. Es reicht nicht, eine Zeit lang fröhlich zu sein in christlicher Gesellschaft. Und Johannes Zeugnis steht auch dir heute vor Augen. Siehe, das ist Gottes Land, welches der Sünde, der Weltsünde hinvorträgt. Folge ihm, vertraue ihm, glaube an ihn, Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und du wirst leben. Gehörst du zu denen, die an Jesus Christus glauben und Vergebung der Sünden erfahren haben? Geh hin und leuchte. Geh hin und leuchte. Gib selbst Zeugnis. Sei selbst eine brennende und scheinende Lampe. Wenn du selbst diese Rettung erfahren hast, dann gib dich nicht zufrieden, fröhlich zu sein in diesem Licht. Dann geh hinaus in die Finsternis und leuchte und weise Menschen den Weg zu Christus. Er ist die eine und einzige Tür, die zum ewigen Leben führt. Jesus Christus, Gottes Sohn. Amen. Amen.